Halbmensch, halb Pferd, die Mittleren zwischen den Welten, zwischen den Welten, zwischen den Welten. Wie, wer, was, wo, wie? Davon träum ich. Das ist ein Brandzeichen. Sag dir, wo Ost und Herkunft. Andalusien. Dein Abenteuer wartet. Wann soll's denn gehen, Chica? Na, Ora. Ora? Das hab ich eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Hey, wir warten schon seit einer Woche auf dich. Auf mich? Du bist der Sonja, oder? Und willst hier mitarbeiten. Genau. Und du bist? Sam. Echt jetzt? Wow. Denkst du auch, was ich denke? Ostwind, komm, stell dir seine Familie vor. Spürst du das? Ja. Sonja ist gekommen. Also, der richtige Sonja. Also, ich hab zwei Fragen. Wer ist eigentlich Sonja? Und wer nennt diese Gießkannenmissgeburt Dusche? Funny! Hat die Quelle verkauft. Aber Ora ist das Herz. Ohne die Quelle können die Pferde hier nicht leben. Wie konntest du nur? Tag mir zugesichert, dass alles so bleiben kann. Hast du wirklich gedacht, dass die Pferde bleiben können? Wilde Pferde. Wenn wir das Rennen von Ora wieder veranstalten würden, dann könnten wir Ora retten. Das Rennen von Ora. Das Pferd, das das Rennen von Ora gewinnt, sei die Seele Andalusians. Ich suche sehen! Von 2014 Mit dem Bernifen richtigen von So ist das Gießkannen. Und